willkommen zurück zu world of warcraft wir sind hier im hochberg immer noch unterwegs oder am hochberg besser gesagt die sunny ist auch wieder dabei und wir sollen wieder verschiedene belge sammeln für himmel singt weil er das nicht selber kann der kann das schon er möchte es nur das ist aber wie heute mit den meisten betrieben sag ich mal wenn die nicht wollen oder wenn die arbeiter die drecksarbeit nicht machen möchten und sie sich einfach praktikanten oder leiharbeiter das gibt ordentlich schaden nein ich wurde weggekriegt in haufen schrott gekriegt ja ich wollte gerade fragen willst du gar nicht kurschmann kommt noch nicht das war es okay das ist der letzte säbler den ich brauche danach kannst du die säbler so säbler ist bei mir fertig jetzt noch ein elch so komm mal ran hier soll ich die tündern umstellen? nö musst du nicht ich tu ja auch alles pündern so mit elche bin ich jetzt auch fertig nicht rumschubsen nicht rumschubsen nein ich mag das nicht so ich hatte ich fertig das kannst du jetzt machen was brauche ich denn jetzt noch ich brauche noch fünf bärenbergs was ist denn ein muschuhirsch? keine muschuhirsch Löwenrobbe, Reh und Wolfsbalk ok meine güte überall diese bäume hier im weg so die bären waren genau da oben Reisefreiheit ach du scheiße das ist ein Sturmheim na dann dann können wir die erst als nächstes machen äh brauchst du den? ja ja passt ja wenn er den bloß unten bringen musste so dann kann ich ja die Quest erstmal Reisefreiheit ausblenden so so ja das habe ich die ganze Zeit schon gesagt theoretisch brauchst du bloß den Leichen voll ich war schneller hehehe was hast denn du da an der Schnauze? ich hab keine Ahnung ist das ein Apfel? ich guck mal kurz äh ne das ist irgendeine Aura ach so ok das sieht komisch aus warte mal ich geh mal runter so bevor du mich im Meer versenkst toll und wie komm ich da jetzt rüber? rüber springen? die Katze kann schwimmen in den meisten Fällen sind die ja eher scheu da gegenüber mhm uh Hilfe jetzt habe ich schon gedacht ich fall wieder runter so da oben ist der erste Bär zack und er kommt angelaufen oder angetapst zack mach ich wieder zuerst oder? ja zacka 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 na komm mach mal zacka was ist das denn für ein riesenvieh? lol die müssen hier erstmal ein Haus drauf aaaaah augenstrahlen sehr schön ich bin begeistert oh ich habe gedacht für den dicken gibt es zwei Balks aber leider doch nicht so einen brauche ich noch dann kannst du die restlichen Flüge holen warum kann ich nie plündern wenn du plünderst? das ist blöd so so äh warte mal kann man die zusammenziehen da hinten? komm mal mit dicker hi ho hallo nicht und massendamage explosion huh müssten eigentlich alle vier sein komm so äh jetzt sind wir wieder hier oben beim Flugpunkt und dann können wir gleich wieder runterfliegen hey sie hat alle bitte rum oder sie hat sie auch nicht alle ich hab sie nicht alle jippie huh fliegen schweben warte mal was sind das hier? Händler für Reparaturen? achso zack repariert der Singrace und da schlupf die Musik als hätte sie so irgendwas bedrohliches in der Nähe entdeckt du 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 schläfst du schon oder pennst du noch? ich schlaf schon ja ich mag das siehs mal ich musste mir mal einen Wecker für morgen stellen äh 4 uhr 36 stehe ich nicht auf ich stehe um bisschen später 7 uhr 36 auf so Wecker gestellt zack finish hm ich bräuchte den Wecker trotzdem noch vor meine Ohren sonst witz ich nicht wann ich stoppen muss ein guter Tag für die Jagd wollte gerade sagen eine Quest haben wir gar nicht gemacht allzeit gute Jahre Scharfschützenmonokel gab es das nicht schon mal in irgendeiner Quest? keine Ahnung ich bin schon fast der Meinung das gab es schon mal pass da draußen auf euch auf noch mehr Quiz äh sucht rassig Gasbold am Eis Fichtengrad allzeit allzeit gute Jagd ähm sprecht mit Tamara und fliegt zur Schiffbruchkräuter wo ist das denn? immer da drüben? und was war das andere? warte mal äh das hier wo ist das denn? ach da da hab ich gar nicht gesehen nee das haben wir ja gerade wo ist das? was willst du jetzt überhaupt? ja keine Ahnung ist mir auch gerade vollkommen egal ich muss erstmal abgeben äh ein Haltstück oh Krippmeisterschaft das sieht sehr gut aus noch besser wäre es gewesen wenn es jetzt episch gewesen wäre wie darf ich helfen? aber leider nicht ähm sprecht mit Tamara Siegmund wer ist denn das? die Flugmeisterin ach so? tatsächlich wo bringt die uns hin? weg das ist ein Schneiß schönen guten Tag hallo schick mich bitte zur Schiffbruchkrotte man sieht sich ey wieder auf so einem schönen Adler bist du schon da? nö ach du stehst noch dort ok ich wollte auf dich warten immer bist du weggeflogen naja manchmal bist du ja ein ziemlich ungestümes Wesen stimmt überhaupt wer lügt? wie gedruckt? ich lüge nicht oder ich niemals oh ich seh da unten irgendwas rumschleichen Gornhoff der Verlorene ein Stufe 110 riese Elite mit gerade mal 20 Millionen Leben nö ja das kann man so sagen verschweißig zu Mittagessen das glaube ich ja nicht yay ach da geht's runter ok ja müssen wir wenigstens ach je jetzt fliegen wir aber ganz schön weit hoch obwohl eher ganz schön weit runter whatever in den Norden auf jeden Fall enorm das hier unten hat ein bisschen was vom Norden von Pandaria auch im Kolalai Gipfel warte mal Kolalai ja genau oben wo das Mosho ne Mogushan Gewölbe ist weißt du? aha oh hier gibt's auch gleich einen Flugmeister annehmen hey mit einem Rahmob 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 ach König Murgel ist auch wieder da ach das ist die Questreihe die ich schon im Stream gesehen habe Murgel Murgel naja König Murgel Murgel oh Gott von der Data die sind auch wieder von der Partie oh ich hab die so nicht gemocht in der Questreihe ich hab das ich hab die Questreihe gehasst lebt wohl ich weiß nicht warum Questreihe ist aber hier ganz früh wie ich sie gelesen hab naja Murgel die Questreihe geht eigentlich sag ich mal aber jetzt generell hier die Data Questreihe die in oh wie hieß das Gebiet? Drachenöde? Ne Drachenöde nicht Boranisch 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 eine Tonne genau das war ein bisschen ätzend so Murky gefüttert was? ach hier? oh ich hab einen kleinen Murky als Begleiter ja 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 das kann ich so nicht behaupten Kugelfisch müssen wir die angreifen? ja ich tue jetzt einfach mal durchspammen irgendwo so jee einfach mal was angegriffen Hauptsache es passt Kugelfischfleisch hab ich gekriegt noch einmal noch dann müsste ich alles haben du auch? so hä wo ist denn das Vieh? ich seh das nicht ach da du stehst wieder davor boah so ich hab alles mit wem? mit Murky so das ist wahrscheinlich der Murky aus Heroes of the Storm er ist so süß du ist so süß das kann ich nicht packen außer vielleicht das Gequatsche was ist denn das hier? ach das interessiert uns glaube ich gar nicht oder? doch da mussten wir den Murky durch ach doch ja das hab ich gerade gemerkt oh ein Rahmob Rahmob da hab ich nicht mehr da hast du allerdings recht ich mach ein Gejump der Gene geht dann noch schnell da unten aber der andere könnte sich als Problem darstellen nö doch nicht er hat etwas eine Million nur noch ja gleich ist er dauernd sehr schön so einmal Heilung danke uuuhh eine blaue Brust Tempomeisterschaft ich hab ne eh frische geworfen ja die nehmen wir mal weiß ich mehr auch die EF hat ja meine auch ich hab aber jetzt schon wieder aggro oh warum hab ich aggro? ich war nicht nah genug dran so was braucht man noch? ach hier ist noch irgendwas Vertrauen der Kolkwappen verdient ich geb erstmal ab lalalala lalalala viel Glück so ach da da es sind aber ganz schön viele kleine Murkies kaul quappen alles voll was? kaul quappen? kaul quappen quappen Ich wollte dir nur sagen, dass du angegriffen wirst. Doch. Stell dir mal vor. Das ist wirklich so. Das ist die pure Wahrheit. So, zwei noch. Am besten die da drüben. Ah, nice. Oh, da hinten ist schon wieder ein Ramo. Auf der linken Seite. Ich bin schneller, ich bin schneller. Yes. Auf zum Ramo. Ja, du tust mal wieder die Abkürzung nehmen. Das ist klar. Ah, ich habe Agro. Glitcher Joe. Ich habe irgendwas geborgen. Seid gesegnet, Druidern. Ich schulde euch mein Leben eine ordentliche Mahlzeit. Nein, das reicht nicht ordentlich. Merkle. Oh Gott. Der hat vier Millionen. Vielleicht nicht mehr. Konnte man das jetzt unterbrechen? Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das auch gebrochen. Super, ich habe es auch gebrochen. Tun wir mal kurz dann hier den Typen. Das nächste unterbreche ich, falls es kommt. Ah, passt. Yay. Und ein Ring. Genau. Geht schon. Kann man mal machen. Tempo, Mexiko. Nein. So. Dann ein paar Mops töten. Ein paar Mops töten. Ja, damit war das wenigstens vollkommen, würde ich sagen. Am besten ziehen wir jetzt da unten ein paar zusammen. Dann werden wir es gleich auf die Schnelle erledigen. Und hier sind gerade nämlich... Und hier sind gerade nämlich... Ja, aber hier sind gerade ein Haufen. Okay. Oh, ich habe Agro. Der wollte nicht mitkommen. Die faule Sau. So. Gut, dann gehen wir ab, Kim. Ach, ja. Macht wer Aru... Er ist ein Aru. War das Inner dieser Ra-Mops? Oder Elite-Mops? Er hat gerade Inner ein Allgemein schon geschrieben gehabt. Ja. Ob jemand Aru macht. War wahrscheinlich eher einer dieser Elite-Mops, die wir gemacht hatten. Und abgehen bei König Mar... Mar-lox. Die nächste Generation. Yay. Gibt es wieder ein Rezept? Und... Oh, blaue Teile. Sehr schön. Oh, die Hosen braue ich auf jeden Fall. Die sind besser als meine. Aber bevor wir weitermachen, machen wir hier Schluss. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.